Ein gewaltiger Erdrutsch hat in Japan mehrere Häuser und Autos mitgerissen. 19 Menschen werden noch vermisst. Dieses Augenzeugenvideo zeigt, wie eine Lawine aus Wasserschlamm und Schutt einen Hang in der Küstenstadt Atami hinabstürzt. In den Tagen vor dem Erdrutsch hatten anhaltende schwere Regenfälle das Erdreich aufgeweicht. Die Behörden gaben die höchste Warnstufe aus und riefen rund 25.000 Haushalte entlang der Pazifiküste auf, sich vor anschwellenden Flüssen, Überflutungen und möglichen Erdrutschen in Sicherheit zu bringen.